Es ist phänomenal. Ohne Scheiß. Der Fössler hat sich gerade was zu saufen geholt. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier gemacht. Immer nach zwei Mal. Entweder unentschieden oder ich kassier. Das ist so eine Frechheit ist das. So, zweimal gewonnen. Jetzt lass mich machen. Ich drehe mich jetzt einmal rum. Einmal um den Fössl. 360 running about the Fössl. Und hier. Ja. Hast gewonnen. Wo ist das da schief mit, du Fotze? Hast du die Benachrichtigung nicht an? Komm, vier Mal. Vier Mal. Hast du die Benachrichtigung an? Nee, habe ich nicht. Aber habe ich es jetzt. Fickt euch. So. Portal. Von hier. Nach. Ja, dann schieße ich mich mal. Au. Hast du da irgendwas? Da ist was offen. Siehst du das? Wird, 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 wird. Hier. Gesehen? Ja. Kannst da irgendwas hinschießen? Äh, warte mal. Warte mal, bevor wir weitermachen. Guck mal. Ja, da oben. Ja, dann mach auf jetzt. Nein, da oben ist ein Moped. Mach auf! Moped. Es ist auf. Wow. Ja, und jetzt? Bist du. Tschüss. Hast du bei dir da irgendwas, was du abschießen kannst? Warte mal. Ähm. Wir brauchen erstmal das Moped. Ich hol's mal eben. Hol mal. Ja. Okay. Hol. Jawohl. Schmeiß runter. Ha ha. Gut, pass auf. Warte, warte, warte. Das gibst du mir jetzt gleich an. Ich spring jetzt hier rüber. So. So. So, jetzt geht mal her, das Ding. Sehr gut. Ups. Das Ding ist auf. Ähm. Ja. Weil der, das Teil da drauf liegt. So. Ähm. So, pass auf. Von da. Da kannst du nicht durchschießen. Ficken. Okay. Pass auf. Alles klar. Warte, warte, warte. Ich mach den hier. Mhm. Das bringt dir gar nichts. Warum? Wenn du da reinspringst, dann? Wo rein? Von da. Hier rüber, kommst du da rein, fliegst rein, fliegst rüber. Das könnte funktionieren. Da mach ich mir einen hin. Da mach ich mir einen hin. Und dann kannst du da rein, dann kannst du da rein springen. Und dann soll er es geschafft haben. Jawohl. Da, 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 da. Robot dance hier. Auf den freien Mann. ich springe auf dem kopf rum glaube ich auch weiter geht's ja wohl so langsam ist raus haben wir schwere mission hier lappenhaft erst mal schon der sechsten folge rumkotzen wie groß bist du denn eigentlich hier 61 79 in 57 57 57 57 sind es nur dein kopf sein kopf ist allein 32 lang man kann erschlagen werden ja und schwimmen okay da fliegst du dann rüber das heißt hierhin da raus jawohl ja und da musst du dir dann direkt noch einschießen wohin denn das ist die frage du kommst dann halt damit speed an warte mal warte mal was ist denn wenn ich hier durchgehen reiche mir ein ball ja wir müssen da oben hin da kriegen wir auch den ball hier raus und hierhin so jetzt gehst du rüber und schießt dir gehst erstmal da oben hin wo du gerade warst da ist ja der katapult ne und dann schießt du dir ein dahin dann dahin und dann müsstest du es schaffen ja ja jawohl come fly with me come fly with me to the moon wo ist das bällchen ach guck mal da fliegt denn der hallo tschüss ich mach's mal runter das ding so und nun ich bin drin ja ist da eine wand irgendwo äh ne die ne du musst jetzt genau den selben weg machen ja dann musst du mir hier einen hinschießen und da einen hinschießen danke ich fange dich so so wohin katapultiert er denn nach da hinten ne du musst einmal da hin genau und dann hier rechts daneben genau ost eust je touch frena mexikana jawohl ah end fachst soi Mari wir machen das was klar machen die menschen das machen hier voll party Was denn hier? Oh, okay, gar nichts. Hast du schon getanzt? Nee, ich tanze mal noch eine Runde hier. Nightfever, Nightfever. Was? Klar. Maulschlampe. Ohne Witz, die ist ganz schön böse für uns. Ohne Witz. So, das geht da oben hin und dann kommt da hinten was raus. Ja, du fliegst erstmal rüber, ist klar. Okay, pass auf, dann stell dich mal da vorne hin. Ja, stell dich mal da hinten auf die Kante. Ich lasse das Ding jetzt runterkommen, das siehst du da oben. Das Ding. Ja, komm. Warum frei, Mann, komm. Jo. Das hat 1A funktioniert. Weiter, mach nochmal. Gut gemacht. Gut gemacht. Klasse, gut gemacht. Ähm. Hm. Oh, scheiße. Oh. Rens. Lala. Oh, scheiße. Ich will auch. Top. Yeah, baby. Oh, oh. Wir kollidieren in der Luft. Ich glaube, ich bin an deinen Choritus gestoßen. Ist das überhaupt noch wissenschaftlich? Klar, ist das wissenschaftlich? Was will die Rolle denn bitte? Ach, pass auf. Du fliegst da raus, nimm das Ding mit. Geil. So läuft's. Jetzt musst du nur wieder zurück. Volle Lutsch. Vor die Wand da. Sauber. Hier. Man of the bar. Juhu. 360. Yeah, baby. Wuuu. 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 Boing. Klasse. Also wenn die Runde nicht mal episch war, Freunde, da kann man direkt mal schnick, schnack, schnucken. Ja. So. Und der Tanz gibt's auch nochmal oben drauf. La Cucca, la Cucca, la Cucca, la Cucca, la Cucca, yeah. Kindergarten-Level hier. Ha ha ha. Ja, schwer ist es nicht. Der Kindergarten. Mhm. Wir haben uns auch zwei Brain Bugs, die es hier spielen. Ja. Brain Bugs. Auf jeden Fall. Du bist der Hässliche. Du bist der Mops. Der Dicke. Der Kleine Dicke. Ich bin die Hupe. Ey, stimmt. Du hast Hupen vorm. Komm her, Baby. Du hast Hupen. Oh, hier. Was ist das denn für ein Zeichen, ne? Was denn? Juhu. Ja, das sagt ihm. Du bist das beste Robotermodell, Junge. Direkt mal. Da, 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 da. Na, 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 na. Wee. Oh, pass auf. Ist da easy, busy hier. Ja. Ich weffer mich erst mal hier hoch. Ups. Oh, warte. Du musst, du musst dir auch einen bauen. Ich muss auch genau davor fliegen, ne? Shit. Pass auf. Du musst ihn auch einbauen. Ja, ich baue dir einen. Und du musst ihn ein bisschen tiefer machen. Hab ich schon. Ja, der muss ein bisschen höher. So. In welchen bist du denn jetzt reingesprungen? Ja, in der gleichen. Okay. Okay, 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 okay. Pass auf, oder? Auf drei. Ja, du fliegst schon, du Pappnase. Auf drei. Komm runter hier. Was? Wie auf den? Eins, zwei, drei. Wohl. Kindergarten. Countdown, wofür brauchen wir einen Countdown? Schauen wir mal so. Mhm. So, hier kommt irgendwas runter. Oho. Was ist? Oho. Den Laser müssen wir umleiten. Ja, nicht auf mich. Das ist der Kratte. Die, da kommen so so Türen. Den Laser. Da kommen so Türen, guck mal. Ja, hol nie rum. So stelle ich mich nicht hin. Naja, oder? So. Können wir das schieben hier? Den Laser mal hoch. Komm her, ich halte den Laser mal hoch. Den Laser mal hoch, ja, ja. Ja, ich halte den Laser hoch. Pass auf, was dann passiert. Siehst du? Da geht die, äh, geht das Ding hoch. So, los. Geh. Geh drauf. Scheiße. Boah. Wurde ich voll zermatscht da. So. Halt mal hoch. Warte, warte, warte. Und wenn du den hochgehalten hast? Dahin. Dahin. Wo ist das Moppet? Hier. Oh, oh. Die Dinger kommen gerade. Ja, warte, warte, warte. Müssen wir eben kurz warten. Ja, was machen wir dann? Die Dinger gehen's weg. Ja, dann fliegst du da hoch und schießt dir da oben irgendwas hin. So. Ja, aber wohin muss ich denn? Ich muss noch, wo, 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 wo? Geh drauf. Ich bin drauf. So, kannst du jetzt irgendwas machen? Äh, ja, so. Nee, jetzt so. Yo. Oh, shit, ey. Ach so, danke. Trotz. Ähm, du springst dann von da oben. Komm doch einfach durch. Wo soll ich durchkommen? Ja, wo soll ich durchkommen? Ich sehe nix. Hier hin. Ja, und dann? Ja, mach. Ja, und dann? Hä? Komm doch hier durch! Ja, ich bin doch da durchgegangen. Alter, bist du behindert? Ach so, hier. Hä, wie ist das denn jetzt passiert? Schießen! Nein! Pass auf, ich springe davor. Du gehst durch. Hopp! Boing! Hast du mir ein Portal da gelassen? Ja, aber du kommst hier nicht hin. Ich komm da nicht hin. Hast du da keine Chance, ein Portal irgendwo zu setzen? Nee. Ähm, dann machen wir es folgendermaßen. Ich stell mich in die Tür. Du stellst dich in die Tür? Nee, das bringt nix. Verkalt die Tür. Warte mal. Verkall! Scheiße. Doch, wir können die echt verkeilen. Oder? Wir haben nur noch hier so ein Moped. Ich hole das mal eben kurz. Dieses, ähm, Teil, womit man den Laser auch umlenken konnte. So. Vielleicht bringt das ja was. Mh, 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 mh. Wisst ihr, was mich zum Lachen bringt? Der Gedanke, dass ihr damit aufhört. Ja. So, das schnappst du jetzt gleich. Und dann geht's. Scheiße. Ja, deine Knarre hängt dir durch. Mh, Baby. Kacke! Ist da echt nix drin, wo du irgendwo hinschießen kannst? Nee. Wie macht das denn dann? Du musst ja dann schnell da durchkommen. Was ist denn? Warte mal. Wenn du... Mach mal auf. Mach mal auf. Ja. Stell dich mal hier vor. Hier vor. Ja. Jawohl. Das klappt. Ja, super. Dann musst du nur ein bisschen schneller sein. Hallo? Hallo? Nee. Ist nicht ausgelöst. Los. Lauf, 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 lauf. was ist denn wenn du dir da oben hinschießt da kommst du machst da oben so ein moped hin und schmeißt dann das zweite dahin was mache ich was auf du machst dir da ein da genau da wo du jetzt schon ein hast und dann machst du einen ganz oben hin darum in die ecke und weiß da dieses moped durch und hast dann viel mehr zeit ok oder einfach genau darüber dahin ich glaube darüber sogar besser weil das dann einfach gerade runter fällt ja das ist nicht darüber oder habe ich nur ein knick in der pupille ja lass mal fallen ja klappt ja jetzt muss jetzt noch mal da durchschmeißen und dann loslaufen ja was knacken daneben jetzt lauf 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 die gas wohl wir sehen uns wieder mit neuer wir sehen uns wieder mit der gediegenen runde schnick schnack bis gleich bis gleich oder morgen oder sonst wann tschüssi